ein schönes zimmer Schuhe, Kleider Smoking Aber wir müssen natürlich weiter Moonlight 4 Das ist wohl hinter der Bühne Gucken wir, ob wir noch etwas finden hier Steck mal nicht Dina? Jessie? Steck mal raus da Wo sind die zwei? Wohl im Flur oder nicht? Nehmen wir die mit Üben Jetzt noch nicht Haben wir schon genug So, sehen wir das Theater jetzt zum letzten Mal hier und dann wir sehen uns wieder wieder und dann Vielen Dank. Sie hatte eine harte Nacht. Hatte kaum Wasser bei sich behalten. Vielleicht, dass sie mich wecken sollen. Ist sie schwanger? Ja. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, Ben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Er ist meinetwegen hier. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Wo sind wir Tommy? Das Aquarium, das das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir ihr, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Ja. Hi. Hey, babe. Du musst die Tür fahren, zwar regeln. Okay. Los geht's. Endlich sind wir wieder nicht alleine hier. Ja, das ist so. Los, hilf mir rauf. Okay, komm auch mit dir. Danke. Was hast du, Dina, erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich hab... ...nicht erzählt, dass du's wusstest. Zu das... Meinte ich nicht. Ist das Aquarium eine Berufsbasis? Das glaub ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Äh... Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Äh, nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, ziehen wir dann nach Hause. Ja. Ich bin bei der Artengabenliebe. Dina sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Ich bin bei der Artengaben. Ich bin bei der Artengaben. Ich bin bei der Artengaben.